Dominik Graf ist ein deutscher Film- und Fernsehregisseur. Leben der Sohn des Schauspieler-Rehepaares Robert Graf und Selma Urfer besuchte das Max-Gymnasium in München und 1969 bis 1972 das Internat Stein an der Traun, wo er das Abitur machte. 1972 bis 1974 studierte er in München Germanistik und Musikwissenschaften. 1974 wechselte er an die Hochschule für Fernsehen und Film München. Seither betätigte er sich als Darsteller, Drehbuchautor und vor allem als Regisseur. Von Beginn an arbeitete er auch für das Fernsehen. 2012 gewann er zum zehnten Mal den Grimme-Preis und ist damit der am häufigsten ausgezeichnete Träger dieses Fernsehpreises. In seinen Filmen hat Graf sich öfter am amerikanischen Genre-Kino orientiert und versucht, es auf deutsche Verhältnisse zu übertragen. Graf gilt als großer Filmliebhaber und schreibt gelegentlich auch über Filmthemen in verschiedenen Zeitungen. Die Filmmusik zu einigen seiner Filme komponierte Dominik Graf mit seinem Schulfreund Helmut Spanner. Nach der Felsen wurde 2014 auch Grafs Historienfilm Die geliebten Schwestern über Friedrich Schillers Dreiecksbeziehung zu Charlotte von Lengefeld und ihrer Schwester Caroline in den Wettbewerb der Berlinale eingeladen. Ein Jahr später erhielt er für seine Regiearbeit eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis. Dominik Graf gehörte 2003 zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie. Seit 2004 ist er Professor für Spielfilmregie an der Internationalen Filmschule Köln und wurde 2005 zum Honorarprofessor ernannt. Er ist seit 1994 Mitglied der Akademie der Künste in Berlin und seit 2012 Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München. Der Filmregisseur gehört außerdem seit der Gründung des Michael Altenpreises für Kritik im Jahre 2012 dessen Jury an. 2021 erhielt er für Fabian oder der Gang vor die Hunde eine Einladung in den Wettbewerb der 71. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Das Werk blieb dort unprämiert, wurde aber bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2021 in zehn Kategorien nominiert, darunter Graf für die beste Regie und das beste Drehbuch. Er war mit der deutsch-amerikanischen Drehbuchautorin und Regisseurin Sherry Hormann verheiratet und mit der Schauspielerin Adelheid Arndt liiert. Graf ist Lebensgefährte der Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Caroline Link und hat mit ihr eine Tochter. Seinem Vater widmete er den Essay-Film Das Wispern im Berg der Dinge. Auszeichnungen 1980, Bayerischer Filmpreis in der Kategorie Nachwuchsregie für der kostbare Gast, seine Abschlussarbeit an der Filmhochschule 1983, Brassels International Fantastic Film Festival. Spezialpreis für das zweite Gesicht 1988, Filmband in Gold für die Katze 1989, Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste für Tiger, Löwe, Panther 1993, Goldener Gong für Morlock, die Verflechtung 1995, Goldener Gong für Tatort, Frau Bulacht 1997, Adolf Grimme-Preis für Sperling und das Loch in der Wand 1998, Bayerischer Fernsehpreis, Sonderpreis für die Fernsehfilme der Skorpion, Dr. Nock und das Wispern im Berg der Dinge 1998, Adolf Grimme-Preis für Dr. Nock 1998, Telestar für der Skorpion 1998, Fernsehfilm-Preis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste für der Skorpion 1999, Fernsehfilm-Preis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste für Sperling und der Brennende Arm 1999, Adolf Grimme-Preis für Denk ich an Deutschland, das Wispern im Berg der Dinge 2003, Adolf Grimme-Preis für die Freunde der Freunde 2003, Filmpreis der Stadthof 2004, Deutscher Fernsehpreis für Kalter Frühling 2004, Hans-Abig-Preis für besondere Verdienste im Bereich Fernsehfilm 2005, Diva Award, beste Regieleistung des Jahres 2006, Adolf Grimme-Preis mit Gold für Polizeiruf 110 Der Scharlach-Rote Engel 2007, auf dem Madrid-Mostulis International Film Festival den Preis als bester Regisseur für der Rote Kakadu 2007, Adolf Grimme-Preis für Polizeiruf 110 Er sollte tot 2007, Fernsehfilm-Preis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste, Sonderpreis für Regie für eine Stadt wird erpresst 2008, Adolf Grimme-Preis für eine Stadt wird erpresst 2008, Filmkunstpreis für das Gelübde beim Festival des Deutschen Films 2010, Adolf Grimme-Preis für Kommissar Süden und der Luftgitarist 2010, Schwabinger Kunstpreis 2010, Stern auf dem Boulevard der Stars in Berlin 2011, Grimme-Preis für Im Angesicht des Verbrechens 2011, Bayerischer Fernsehpreis für Im Angesicht des Verbrechens 2011, Deutscher Regie-Preis Metropolis in der Kategorie Beste Regie-Fernsehserie für Im Angesicht des Verbrechens 2012, Grimme-Preis Spezial für drei Leben 2012, Hamburger Krimi-Preis für Polizeiruf 110 Kassandras Warnung 2014, Liter Avision, Fernsehpreis der Landeshauptstadt München für Lawinen der Erinnerung. Ein Film über Oliver Storz 2014, Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen in der Kategorie Dokumentarfilm für den Essay-Film Es werde statt, fünf gemeinsam mit Martin Farkas 2020, Filmpreis Köln, Hauptauszeichnung des Filmfestival Cologne 2021, Ehrenpreis des Bildrausch-Filmfests Basel 2021, Potsdamer Filmpreis Clio für Fabian oder der Gang vor die Hunde 2021, Deutscher Filmpreis Silberne Lola in der Kategorie Bester Spielfilm für Fabian oder der Gang vor die Hunde 2021, Günter Rohrbach-Filmpreis für Fabian oder der Gang vor die Hunde 2021, Fernsehfilmpreis des Fernsehfilmfestivals Baden-Baden für Polizeiruf 110, bis Mitternacht.